Ich muss nach oben. Fuck. 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 Ich liebe dich. Was ist das denn? Scheiße, hinterhalb! Ich glaube, das kam von da! Verteilen! Überprüft den ganzen Hof! Wir sind nicht allein. Was, du Scheiße! Dreck, dreck! Lass her! Verflucht doch mal! Los, ich gebe Deckung! Geht klar! Ich hab sie! Fuck! Miele! Richtung wechseln! Alles klar! Wir drü- Ja, okay! Papsi! Fuck! Was ist das? Oh, es geht schon ab. Oh... Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. oh, oh. oh, oh, oh. oh. oh, oh, oh. 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 oh Okay. 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 Nice. Okay. 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 Let's do it as Nora. Okay. Ja, hättet ihr nicht deinen Wagen gespart? Wär Abby noch in ihrer Zelle. Scheiße, wann war Abby hier? Bin ich blöd. Du wirst uns sagen, wo sie hier ist. Wenn Isaac darüber mit uns redet... Ich hab hier langsam genug. Nora. Nora! Für die lass ich mich nicht hoch. Ich habe keinen Mucks. Weg mit dem Scheiß. Erkennst du mich? Ja. Du erkennst mich. Was willst du? Abby war hier. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Wenn du schießt, ist sofort ein Haufen Soldaten hier. Und du wärst tot. Sag mir, wo sie ist. Vielleicht lass ich dich gehen. Wir hätten dich töten sollen. Ja, das war euer Fehler. So wie einen Fuß in Jackson zu setzen. Wo ist Abby? Hörst du ihn noch schreien? Was? Ich hör ihn jede Nacht. Ja. Ja, der kleine Pisser hat bekommen, was er verdient hat. Du Mischte! Hilfe! Hilfe! Ein Greschen! Hilfe! Irgendwer! Nora! Du entkommst mir nicht! Du nehmst. Du entkommst mir! Du. 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 Bis dann. Und du. Ich hab dich! Komm schon! Waffen runterwerfen! Nein, nein, halt! Nein, 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 bitte, bitte! Zurück! Leg die Waffe weg! Du kannst einfach gehen, okay? Ich will... Halt die Fresse! Waffe weg! Hände hoch! Zurück! Du kannst nicht entkommen. Nein, nein! Halt! Nach vorne! Mach sie alle! Mach sie auf! Warum ist der Strom an? Ist egal! Findet den Eindringling! Sch! Klicker! Zora hat keine Waffe gegeben. Vorsichtig! Schöne sie alle! Eins! Schoen! Schoen! Ja! Du bist schoack! willst du schoen! Ich bin so leicht! Okay, now's all. Ah! Scheiße. 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 Okay. Hi, Laura. Oh, God. Oh, God. Wo ist Abby? Du atmest, Spur. Du bist es. Bist du eine Firefly? Es gibt keine Fireflies mehr. Wo ist Abby, huh? Ich bin doch eh schon tot. Warum sollte ich es dir sagen? Weil ich es schnell machen kann. Oder es sehr viel schlimmer machen kann. Denk daran, was er getan hat. Wie viele Menschen sind tot seinetwegen. Das ist deine letzte Chance. Ich verrate meine Freundin nicht. Ich habe mich nicht mehr Verdistengue easy, wenn ich sie verraten. Ich bin's. Bist du okay? Scheiße. Ist das dein Blut? Sie versteckt sich in diesem Aquarium. Okay. Na komm, wir machen dich sauber. Ich bin's. 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 Ich will dich nicht verlieren. Ich bin's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die meisten sind schon weg Ich weiß nicht, welcher Gruppe ich mich anschließe Ich gehörte zu denen, die dem Schmuggler auf der Spur waren Und dem Mädchen Die meinten Komm her Was hast du dir nur gedacht? Mitten in der Nacht einfach so davon zu laufen Sag doch was Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen Sag mir Was hier passiert ist Wenn du mich noch einmal anlügst Bin ich weg Und du siehst mich nie wieder Aber wenn du mir die Wahrheit sagst Geh ich zurück nach Jackson Ich gehe, was ist es Jetzt sag schon Tschau. Tschau. Einen Impfstoff zu entwickeln, hätte dich getötet. Ich hielt sie auf. Oh mein Gott. Halt. Pass mich bloß nicht an! Ich gehe zurück, aber wir sind fertig. Ich gehe zurück, ich gehe zurück. Ich gehe zurück, ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Dina? Jesse? Je mehr, desto Messer. Hey, sieh mal, Joe. Dein Lieblingsstreifen. Dina? Jesse? Dina? 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 Sie hatte eine harte Nacht. Konnte kaum Wasser bei sich behalten. Du hättest mich wecken sollen. Ist sie schwanger? Ja. Ich verstehe, warum du hier bist. Aber sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Er ist meinetwegen hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Ja. Scheiß drauf. Holen wir Tommy. Das Aquarium, das das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und es ist okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so. Okay. Sagen wir ihr, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Ja. Hi. Hey, babe. Du musst die Tür für uns verriegeln. Ja. Los geht's. Auf deiner Karte liegt das Aquarium am Strand. Also hier lang. Ja. Oh Mann. Wie soll man in der Stadt kunden bleiben? Okay. Hoch mit dir. Hopp. Danke. Was hast du Dina erzählt? Dass wir im Aquarium nach Tommy suchen. Ich hab... ...nicht erzählt, dass du's wusstest. Zu das... ...meinte ich nicht. War mir meine Wurfbasis? Das glaub ich nicht. Nora meinte, dass sich Abby da versteckt. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Äh... ...ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies. Wie jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis? Er war ein Schmuggler. Und... ...es gab Streit wegen... ...ein paar Waren. Es kam zum Kampf. Einige sind gestorben. Schätze, sie wollten Rache. Scheiße. Ändert das irgendwas für dich? Äh, nö. Ich glaube, ich muss da was wissen. Wie wir Tommy finden, gehen wir dann nach Hause? Ja. Ist ein paar der Arschlöcher am Leben? Nee, man sollte zurück nach Jackson. Okay. Gut. 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 Okay, das wird nichts. Okay, das wird nichts. Okay. Stimmt wohl. Gibt es ihr schon lange so schlecht? Nur ein paar Tage. Als wir hergekommen sind, hat sie eine Horde Wolves kalt gemacht. So wäre es beeindruckt gewesen. Oh ja, mit ihr sollte man sich nicht anlegen. Oh ja, mit ihr sollte man sich nicht anlegen. Okay. Okay. Gibst du mir mal? Okay. Hier durch. Ich muss einfach fragen. Warum hat sie mir nichts gesagt? Was sie schwanger ist? Hör zu. Sie... ...sagt es dir sicher, wenn... Wer hat dir das gesagt? Der Chef selbst. Wir sind ja nächstes Gebiet, warten auf die Einheit, und dann machen wir dich ganz klar. Letztes Mal... Das wird nicht die Letzte. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich bin alle der Wüste. Ich hab ganz zuvolles für dich. Wir werden uns einfach im Wasser auf den Knall. Hey! Ich hab da draußen. Tu nicht so, als hätten wir ne Wahl. Denk lieber dran, was uns von mir hat. Wir werden angegriffen. Das kam aus der Einbringlinge. Das kam aus der Einbringlinge. Halt sie auf! Metgen! Los! Ah, he's opening! Das dürfte reichen. Scheiß Wolves, Mann. Echt schießwütig. Sie führen Krieg mit dem verdammten Colt. Ich habe sie drüber reden hören. Seraphiten oder so? Seraphiten? Ich habe gehört, man nennt sich Scars. Schon mal einem begegnet? Nein. Glück gehabt. Ich habe sie verletzt. Was ist das? 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 Was ist das?